USK16 Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Hallo Ich hoffe es leckt nicht mehr Mein Bruder zockt nebenan, aber unser Internet wurde 5 Tage nicht benutzt und ich sehe da vorne schon irgendwelche hässlichen Leute Das wird 100%ig ein letztes Aufnahmesession außer vielleicht mal ein Special Part Ne das sollten wir eigentlich auch heute machen Da probieren wir mal die Herausforderungsmodi aus Aber die Story ist bald zu Ende Ach Die Kotzen Jetzt bin ich an eine andere Steuerung gewöhnt Was für eine? Von Forst an Misch Das Rennen genau da, wo hier Blocken ist Wir bräuchten Hilfe Bei André Achso, die hab ich ganz selten Ich muss mich hier grad mit zwei Hammertypen anlegen Ja, ich komm doch schon mit da Diese Tannen Und ja klar, jetzt kommt da noch ein Zauberer runter her Warum denn nicht? Klappert Torpass Boah Einer ist weg Aua Die andere hat nicht Ich brauch mal meine Ja Wow Was ich kacke bei den Viechern finde Das übelst schwer ist So einen äh So einen finalen Schlag halt auszuführen Brauch ich nicht Brauch ich nicht unbedingt Nee, um XP zu kriegen Hä, der Ringe kam dieses Wochenende auch wieder Ich hab mir den ersten und zweiten Teil gegönnt Den dritten leider nicht Das ist sowieso rot Das war lustig Das war lustig Da haben die die besten Szenen rausgeschnitten, ey Da haben die die besten Szenen rausgeschnitten, ey Ja, am Schluss vom ersten Teil Schießt, äh, wird der Boromi abgeschossen Und plötzlich hat er eine Sekunde später schon drei Pfeile drin und stirbt Ja Und dann tötet der nicht mal Lutz Und kannst du das Ding Scheiß ProSieben Oder liebst du auch ProSieben Ja Nee, der hat, der wurde nicht getötet Hast recht Ja, ich weiß, da war ich auch ein bisschen traurig, ne Gibt's hier einen Weitläuferversteck? Nein Ich hab mal wieder Kraftspendemittel Ich hab 13 Ich hab 15 Ich hab 15 Bilo Dieser dumme Vogel Ihhh, der hat Mundgeruch Und dann Das ist echt ein Hammer, das Fernsehprogramm, ey. Stoppt er? Du kennst das Ende. Ich werde meine Stärke bald wieder erlangt, aber ich habe nicht die Absicht, mich zurückzuziehen. Ich möchte an dem finalen Schock gegen Agandar teilhaben. Das ist gut. Und du hast recht nicht solche große, herzliche Freunde, die mich anheben, sie zu verlassen. Verpiss dich. Verpiss dich. Hm, wie du sprichst. Aber heute gibt es ein Hammer, das Fernsehprogramm, ey. Ja, ich werde mir keinen Film angucken, weil ich mir ein englisches Buch lesen darf. Yay. Nee, allein schon heute Mittag kam Police Academy 1, ja. Denn bis heute Abend laufen bis Police Academy 6 alle Police Academy Filme. Ey, achso, ist immer noch das gleiche Thumbnail. Jetzt kommt der Final Countdown. Macht Glück. Der Imperator. Guck mal, der hält seinen Schwerzfeil in den Schrumm. Bei mir nicht. Der Imperator. Bei mir. Das. Hit jetzt. Dum, 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 dum. Ist es möglich, dieselben drei Schwächlinge, die sich im Vornost hinter den Elben versteckten, ihr seid es, die mir gefolgt sind, und meine Pläne durchkreuzten? Ja, und wir haben jeden deiner Schuhe vereitelt. Das Einzige, was ihr getan habt, ist meinen Zorn zu vergrößern. Wegen eurer Frechheit soll mein Sieg über den Norden umso grausamer sein. Solche Drohungen stärken uns nur, du Monster. Komm und stell dich und sag er da. Du hast einiges zu verantworten. Ihr Narren. Ich habe vom dunklen Herrscher persönlich gehört. Ich bin Saurons mächtigste Waffe im Norden. Ihr rennt nur in euren Tod. Ja. Moin. Der Imperator kann sich aber Der Imperator kann sich aber nicht teleportieren. Boah, du Hornsorn. Du abgelecktes Wichsi. Oh, ich bin tot. Was? Aua, 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 what the fuck? Geht doch hier auch nicht. Pass auf, wenn der einmal so einen Superschlag macht, dann bist du weg. Ich ziehe alles per Pfeil ab. Ich ziehe alles per Pfeil ab. Jetzt kommt noch ein schöner Troll. Roll. Ein Feuerheimatroll. Ach, ey, schnell down. Das coole ist, bei denen hat man auch eine Lebensanzeige, damit man so ungefähr weiß, wie lange der noch lebt. Das ist sehr gut. Aua. Okay. Schmack knack, scheider. Aua. Dreckst du. Na klar. Und Phil klaut sich wieder die XP-Punkte. Oh, nee. Wow. Mann, fuck. Das ist echt kacke, dass ich jetzt gerade an eine andere Steuerung gewöhnt bin. Nein. Oh, komm. What the fuck? Hier sind wir, glaube ich, damals ein paar Mal gestorben. Oh, nee, ich glaube nicht. Aber wir waren kurz davor. Ey, Alter, sag mal. Man kann die Schläge einfach nicht blocken, ja? Scheiße. Na doch, irgendwie schon. Mach ihn drinnen, mach ihn drinnen, Junge. Mach ihn drinnen. Und jetzt, jetzt lebt mich. Scheiße, Antje ist auch. Mach ich. Ich hab sie schon überlebt. Ich hab ja Kampfschrei. Aua. Okay. Ey, das ist echt kacke, das hier. Es ist doch schon zur Hälfte. Er ist doch schon zur Hälfte down. Das ist kacke. Ich bin jetzt mit deinem Arm zur Steuerung gewöhnt, ey. Das geht einem so auf den Keg. Oh, diese Doppelfiecher sind so hässlich. Ja, klar. Meine Attacke geht wieder ins Leere. Oh, das war clever. Hilfe. Wo ist der? Wo ist der? Ich seh den nicht. Nein. Oh, Alter. Der war nicht unbedingt den selben Sackdown. Das geht einem so auf den Nerv. Oh, oh. Macht der bei dir auch nicht so schnell? Kombo-Tacker. Ja, manchmal. Ja, Bock hat, ja. Das ist so nervig, Alter. Der schlägt dreimal drauf. Und dann ist mein Sackdown. Obwohl ich dann noch... Obwohl ich wohl live hatte, ne? Und er hat uns nur Bullshit gegeben. Wo bist du? Willst du schon weitergehen? Dann komm ich. Lass dann aber die Credits an. Wenn es jetzt gleich irgendwann zu Ende sein sollte. Ich weiß nicht mehr, wie das Ende ist. Pikachu, super Blöds. Oh, Imperator. Macht Blöds. Ja, der Imperator kann sich nicht teleportieren, aber... Der hat auch solche Blitze. Ich hab hier jetzt übrigens noch im sechsten Teil wieder geguckt. Ich hab die ein Jahr nicht mehr gesehen. Oh, oh. Ich hab's... Ich hab's jetzt auf DVD. Lustiger Angriff von ihm. Darauf holen. Nein. Komm. er habe ich ein schwarzes Berg schlag raus für mich, ich mach dich schnackig Aua Fuck, ich hab keine Muni mehr Hä, wo ist der denn? Da ist, der fliegt durch die Luft, Junge Fuck Das bleibt dem nicht nur Hä, wie kommt der bitte schon durch die Kugel durch? Oh Fuck Nein Draufhauen, draufhauen, draufhauen Oh, die Elbe sind... Ist der wieder nur Luft, aber... Ah, ist doch cool Nein, nicht rufen, nicht rufen, nicht rufen Wir können Belaram rufen Möchte ich auch nicht Du Follower Ja, ich versuche mal nicht auf den Knopf zu kommen, ja Ich möchte ein Jutes eine für dieses Let's Play Außer den Klaus, die Spieler haben die XP Hier Ja, ist doch fast traurig, Junge, den kriegen wir auch noch so klart Aua Ah, Aua Komm den machen wir klatsch, au, okay, immer aufs braun hier, immer aufs schwache ich mich